Musik Als ich vor meiner Philipps-Zeit im November die vielen Männer gesehen habe, die sich schneiden und die Bäder zu wachsen, habe ich das immer als lustige Gegeninterpretiert und mir keine weiteren Gedanken gemacht. Umso überrascht bin ich dann, als ich durch Philipps erfahren habe, was wirklich im November steckt, nämlich die Gesundheit der Männer. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, ein Mitarbeiter von Philipps zu sein, ein Unternehmen, das die Gesundheit im Fokus steht und die Technologie zur Früherkennung dieser Krebsarten hat. Ich bin überzeugt, diese Aufklärung über die Vorsorge nimmt vielen Männern die Angst für eine urologische Untersuchung. Darum motiviere ich meinen Vater, meinen Freund, meine Kollegen, sich um die Vorsorge zu kümmern. Und ich finde, das kann jeder von uns machen, egal ob weiblich oder männlich. Musik 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 Musik